Ah, genau. Nein, doch jetzt noch, noch nicht, noch nicht. Ich bin dasselbe noch wie im Jahr zuvor und die Gitarrenhändler hauen mich immer noch in das Ohr. Mein Hass auf all die Deppen, ja der ist nach wie vor sehr groß. Auf dem Gipfel der Verzweiflung ist immer noch was los. Ich werde dich...